Heilkraft der Mantras. Mantras haben große Heilkraft. Es gibt bestimmte Heil-Mantras, deren Kraft du bewusst verwenden kannst. Bei Yoga Vidya benutzen wir sehr gerne das Om Triyambakam Mantra. Es ist ein uraltes, machtvolles Heil-Mantra. Wenn du zum Beispiel irgendeine Erkrankung hast, dann kannst du vorher Gott darum bitten, bitte hilf mir, dass ich wieder gesund werde. Und dann wiederhole das Mantra und so wird die Heilkraft dieses Mantras stark. Wenn du weißt, jemand ist krank, dann denke an diesen Menschen, bitte Gott oder Meister oder die kosmische Energie, Heilkraft diesen Menschen zu schicken und dann wiederhole das Mantra. Oder du kannst auch das Mantra in alle Richtungen schicken und darum bitten, dass die Heilkraft dieses Mantras für alle Menschen wirken möge. Und ich werde gleich dieses Mantra wiederholen. Es gibt auch andere Mantras, die spezielle Heilkraft haben. Zum Beispiel das Charanagata-Mantra hat eine Heilkraft, insbesondere gegen emotionale Probleme und gegen Verzweiflung. Dann das Mantra für... Es gibt ein Sonnen-Mantra mit Heilkraft, eben das Omnamo Bhagavati Shri Suryaya. Das ist ein Mantra mit Heilkraft für die Augen, für Einsicht und für Klarheit. Auch das Gayatri Mantra hat eine Heilkraft. Das Gayatri Mantra hilft, sich mit Licht zu verbinden, Energie zu bekommen und mit dieser Lichtenergie Heilung zu erfahren. Da sind einige Mantras, die dir Heilkraft geben können. Oder auch das Krishna-Krishna Mantra ist ein Mantra gegen Ängste, ist ein Mantra für Mut und auch für Erfolg, auch für Befreiung von Fremdenergien. Ich werde jetzt diese Mantras wiederholen und wenn du willst, kannst du sie mitrezitieren. Wenn du das Yoga-Vidya-Kirtan-Heft hast, kannst du es aufschlagen. Oder in der Nummer kannst du auch einfach auf den Yoga-Vidya-Seiten suchen. Dann findest du auch das entsprechende Mantra. Om Trayambakam, Heil-Mantra allgemein, die Nummer 800. Denk bitte um Heilung für dich oder für andere. Om Trayambakam, Heil-Mantra, die Nummer 601. Mantra für harmonische Energien, für harmonische Energieentwicklung, Mantra gegen Verzweiflung. Om Trayambakam, Heil-Mantra, die Nummer 641. Mantra gegen alle Augenprobleme, Heilkraft für Einsicht und Klarheit. Om Namo Bhagavate Shri Suryaya Adityaya Akshite Jase Aho Vahini Vahini Swaha Gaya-Tri Mantra mit Lichtenergie. Rufe die Heilkraft des Lichtes an. Om Bhur 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 Bhursvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasyadhyemahi Dhyo Yonapráco Dayat.